Jo Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal, willkommen zum ersten Live-Kommentary. Ich hab keine Ahnung von dem Kram, ich hab einfach ein Mikro reingesteckt, Spiel gestartet, auf Aufnehmen gedrückt und guck mal, da war doch grad einer. Ich guck mal, was daraus wird. Oh ne, hinter mir, fuck. Ich muss der TDM nehmen, normalerweise spiel ich keinen TDM, ich mag den Modus nicht. Aber es spielen einfach viel zu wenig Leute, die das spielen im Moment. Auf PC jedenfalls. Komm, halt das, oh komm ey. Was? Oh man. Einmal ein bisschen campen, einmal ein bisschen noob sein. Woow. Geht doch hier einer, hier komm, oh, war klar. Oh, ich hab Flag Jacket drauf. Woop. Wo sind sie? Wo sind, oh. Woop, 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 woop. Noch einer, noch mehr, Leute. Oh. 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 Woop. Nein. Oh, der hat eingesteckt. Heine genaht, was geht hier denn ab? Oh mein Gott, was ist los? Alter. Ich werde mich nicht beschweren darüber. Das nehme ich. Ich bin ja richtig ein bisschen sprachlos, ey. Und, wieso hat davon nichts getroffen? Wally, geh weg da. Kauen wir das mal in die Mitte. Oh, er hat 22 Kills schon, Mann. Oh, ich hab schon nächstes Lightning Strike, ey. Was geht denn? Fuck, ich hab gar keine Muni. Oh, da ist Muni. Geil. Läuft so gut. Oh, natürlich. Jetzt werde ich schon wieder als Hacker bezeichnet. Alles klar. Oh, da, 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 da. Zu wenig Muni. Immer das größte Problem. Wow, geht das grad ab. Los, Wally. Hau ich sie weg. Oh, oh. Puh, puh, puh. Oh. Geiler Scheiß. Fällt er da einfach aus dem Nichts runter und killt mich instant. Na gut, lieb ja, lieb ja schön. Oh mein Gott. Wieso spielt er eigentlich mit FMJ auf der MP7? FMJ erhöht nicht den Schaden der Waffe. Äh? Oh. Setz dich hin, mein Freund. Na, da war klar, dass er respawnt. Das spawnen sie alle. Oh, oh. Shit. Ach, so. Ich dachte, das wäre diese, diese Vierer-Dingens-Shotty. Aber das war die komplett leck mich am Arsch-automatische. Oh mein Gott. Was war da immer noch hinter diesem Fass? Oder was doch immer das ist. Oh mein Gott, hier ist... Hier ist was los. 45 Kills schon. WTF. Kommt los, ich will auch da hin. Ich will auch da hin. Ich will auch was haben. Lassen wir doch ein paar Kills übrig. Hinter dir, Team-Mate. Hinter dir. Oh, komm, Team-Mates. Da stehen irgendwie 500 Leute in dem Gang und keiner deckt mich. No, wo sind die Leute? Wo sind die Leute? Drei Kills vorhin noch. Drei Kills. Kommt schon. Die letzten drei. Die letzten... Schade. Dumm gelaufen. Schade. 48 Kills. Fast 50 Kills. Das wäre es gewesen, ey. Erstes Video, 50 Kills. Ja, ja. Zwei Hacker. Genau. Zwei Hacker. Oh, geiles Aim. Hammer, ey. So viele Triple-Kills. Nice. Geiles Spiel. Vier Triple-Kills. Nice. Naja. Gute Runde. Gute Runde. Ich spiele vielleicht doch ein bisschen öfter TDM. Das hat irgendwie Bock gebracht. Naja, danke fürs Reinschauen, Leute. Wir sehen uns. Macht's gut. Vielen Dank.